Willkommen bei insanely positive. Mein Name ist Susanne Freiherz. Wusstest du, dass Lächeln tatsächlich die Abwehr stärkt? Warum das so ist, gucken wir uns gleich an. Zuerst bedanke ich mich bei Spermidin Live, die diese Folge unterstützen und ein Produkt entwickelt haben, das altes und neues Wissen vereint, was ich persönlich ja immer besonders spannend finde. Dieses Produkt nennt sich Spermidin Live Immun und beinhaltet eine völlig neue Kombination aus Shiitake-Pilz, der in der traditionellen chinesischen Medizin schon seit 2000 Jahren als Vitalpilz eingesetzt wird, natürlich im Weizenkeimextrakt mit hohem Spermidin-Gehalt, zu Spermidin kommen wir gleich noch, sowie Zink und Vitamin C. Diese Kombination unterstützt die normale Funktion unseres Immunsystems und fördert die Zellerneuerung. Was ist Spermidin? Spermidin ist ein natürlicher Bestandteil unserer Zellen. Es unterstützt die Arbeit unserer Immunzellen, indem es den Zellen signalisiert, die Autophagie, also den Selbstreinigungsprozess der Zellen, zu starten. Bei diesem Reinigungsprozess werden fehlerhafte oder nicht mehr benötigte Zellbestandteile abgebaut und verwertet. Unterm Strich schützt uns die Autophagie vor Zellablagerungen und hilft uns, länger jung zu bleiben. Wenn Du Deine Immunzellen unterstützen willst, guck Dir Spermidin Live Immun an. Was wir außerdem noch für unsere Abwehrkräfte tun können, ist Lächeln. Positive Gefühle wie Fröhlichkeit und Begeisterung steigern die Effektivität unseres Immunsystems. Machen wir uns hingegen ständig Sorgen und verlieren uns in negativen Gedankenspiralen, behindern wir die Arbeit unserer Immunzellen. Wunderbarerweise arbeiten Körper und Geist perfekt zusammen. Und so können wir mit einem einfachen Lächeln Großes bewirken. Es sind doch eigentlich immer die kleinen Dinge, die große Kraft haben und unser Leben maßgeblich beeinflussen. Nehmen wir zum Beispiel die Zelle. Sie ist die kleinste Einheit des Lebens und spielt eine Hauptrolle in unserem Körper. Ihre Vitalität ist für uns absolut lebensnotwendig. Genauso haben kleine Impulse wie ein einfaches Lächeln große Wirkung. Sind wir glücklich, dann schüttet unser Gehirn das Hormon Dopamin aus. Dieses Glückshormon aktiviert bestimmte Teile unseres Immunsystems. Zusammen mit dem Dopaminspiegel steigt die Anzahl der Fresszellen und der Antikörper im Blut. Glücklich sein wirkt also direkt auf unser Immunsystem und fördert unsere Gesundheit. Das ganze schöne Sammelsurium, das eine positive Einstellung ausmacht, von lösungsorientiertem Denken über stille Freude bis hin zu einem Lachanfall, spornt unsere Immunzellen an, optimal zu arbeiten und sich regelmäßig zu erneuern. Lachen ist also tatsächlich gesund. Redewendungen wie diese sind so leicht dahingesagt, doch steckt darin echte Weisheit. Lachen fürs Immunsystem, so einfach geht's? Klar, oft ist uns nicht nach Lachen zumute. Doch jetzt kommt die Magie des Lächelns ins Spiel. Ein Lächeln ist so kraftvoll, dass es auch dann positiv auf unsere Gesundheit wirkt, wenn wir es vortäuschen. Indem wir die Mundwinkel hochziehen, tricksen wir unser Gehirn sozusagen aus. Es glaubt, wir seien glücklich und reagiert entsprechend so, als wären wir es tatsächlich. Dank der Ausschüttung von Dopamin empfinden wir dann tatsächliche, echte Freude und Erleichterung. Mit einem ganz einfachen, mechanischen, hochziehenden Mundwinkel kommt ein Glückskreislauf in Gang. Das ist doch genial. Die Natur hätte es wirklich nicht einfacher einrichten können, uns Freude und Gesundheit zugänglich zu machen. Nütz also jede Chance zum Lächeln. Lächle dem Himmel entgegen, egal ob die Sonne zurückstrahlt oder ob du eine Wolkendecke angrinst. Lächle einem vorbeiflatternden Schmetterling zu und deinem Spiegelbild, sogar wenn die Frisur mal wieder so gar nicht sitzt. Ja, auch Humor ist lebensnotwendig. Lächle jemandem im Vorbeigehen auf der Straße zu oder dem Menschen an der Kasse im Supermarkt, wo du dein leckeres Essen kaufst. Von einem Menschen geschätzt zu werden, kann den ganzen Tag verändern. Stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du mal wieder einen Tag hast, an dem nichts so richtig klappt und du dich nicht gesehen fühlst und dann lächelt dich jemand einfach so herzlich an. Das kann dir den ganzen Tag retten. Und zusätzlich werden beide Immunsysteme gekräftigt, dein eigenes und das deines Gegenübers. Du siehst, es gibt viele Gelegenheiten. Aber warte nicht auf einen Grund, der dich aufheitert oder dir von selbst ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Nimm deine Stimmung und deine Gesundheit selbst in die Hand, statt dich von äußeren Umständen abhängig zu machen und passiv in einer Wartehaltung zu verharren. Lächle grundlos, auch und besonders dann, wenn es dir richtig schwer fällt. Aktiviere die Muskeln, die deine Mundwinkel hochziehen und halte diese Muskelkontraktion konzentriert und, ja, stur und kompromisslos, so lange, bis dein Gehirn Dopamin freisetzt. Du weißt ja, wir können unser Gehirn einfach austricksen. Sobald der Dopaminspiegel steigt, fällt das Lachen gleich viel leichter, denn dieses Glückshormon hält deine Stimmung auf und verhilft dir zu einer neuen, positiven Sichtweise auf deine Situation. Du hast ein kraftvolles Werkzeug in der Tasche bzw. im Gesicht. Jedes Lächeln ist ein wahres Kraftfutter für deine Immunzellen. Außerdem kann dein Lächeln einem Menschen den Tag retten. Doch egal, wie andere darauf reagieren, schlussendlich lächelst du für dich selbst. Du lächelst für deine Abwehrzellen, für deine Gesundheit, für deine Stimmung. Mach dir die kraftvolle Dynamik, die ein Lächeln in Gang setzt, zu Nutze. Zieh die Mundwinkel hoch. Im Wissen, dass dein Lächeln Freude aktiviert, Leichtigkeit schenkt und die Immunfunktionen wieder auf Trab bringt, fällt es dir sicher ganz leicht, dem Zug der Schwerkraft und dem Sog von so manchem suboptimalen Tag so lange standzuhalten, bis das Lächeln seine Magie entfaltet. Also lächle. Ja, jetzt gleich. Ich lächle zurück. Danke dir und euch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Freue dich und strahle. Schluss mit dem Stimmungs-Tief, denn das neue Normal ist insanely positive. Tschüss mit dem Stimmungs-Tief, denn das neue Signal für Funero- und Corona-izzenzittal. Hope du die und diesen Lächeln in triedst